Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tengshu Wrath of Heaven. Und genau, willkommen zum finalen Level mit Rikimaru, würde ich mal sagen. Nachdem wir ja das letzte Mal den Buddha-Tempel von den Gegnern befreit haben, sollen wir jetzt Lord Tenrai vernichten. Das ist ja der Hauptbösewicht hier. So, genau, dafür nehme ich mir natürlich jetzt alle möglichen guten Items mit, ne? Weil, ja, es geht nicht mehr. Egal, weil die werden wir brauchen. So, dann schau ich mal, ja, paar Bomben und paar Rauch. Nimm einfach alles mit. Ja, wie gesagt, da sind wir wieder und starten wir mal direkt. Ja, genau, wir waren ja letztes Mal im Buddha-Tempel. Wir sollen auf Experten aufpassen und wir sollen alle unsere Stealth-Skills benutzen. Oh mein Gott. Bring the Wrath of Heaven to Tenrai. Was heißt denn Wrath of Heaven? Okay. Los geht's. Oh Gott, das ist ein richtig krasses Level. Oha. Okay. Da ist doch direkt irgendwer. Frage ist nur, wo, hä? Ach, da hinten. Alles klar. So, dann laufe ich mal, dass der sich jetzt nicht rumdreht da. Und nein. Oh Gott sei Dank, ey. Boah, scheiße. Das war knapp. Aber das hat schon mal gut angefangen. So. Wir sind ja hier, ne? Und hier sind, glaube ich, irgendwelche Abgründe, kann das sein? Ah, da hinten ist einer. Ich hab ihn. Ich seh ihn. So. Bringt das mit dem Giftreis was? Der läuft dahin, ja. Nein, 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 vergiss es. Lauf zum Giftreis. Nein. Okay, dann muss ich abwarten, bis der denn isst. Okay. Dann ess ihn. Dreh dich rum. Geh wieder auf deine Route zurück. Ja, sehr schön. Und. Und, und, und. Yes, geschafft. Geil. Okay. Sehr nice. Das fängt doch bis jetzt schon mal sehr gut an hier. So. Was haben wir hier noch? Okay. Sekunde. Was haben wir hier? Das ist eine Hütte. Okay. Ah, hier ist auch noch. Ah. Unschuldiger und Gegner. Okay. Aber weißt du was? Den kill ich mit dem Blasrotter. Ist mir zu blöd. Da ist wegen dem Unschuldigen noch zu gucken. Und zack. Weg dir. So. Ist ja nämlich gleich der Unschuldige am Start, ne? Ja, genau. Ach nee, das ist ein Gegner. Ach, okay. Das ist ein Gegner. Ah, krass. Okay. Dann ist das ein Gegner. Anscheinend. Ah, trau ich mich das jetzt da runter zu jumpen? Ich hab Schiss, dass sie mich dann entdeckt. Ist eine Frau, okay? Ah, ich weiß nicht, ey. Boah. Nee. Moment. So, jetzt. Und. Lauf. Oh mein Gott. Lauf doch. Oh nein. Ah, scheiße, Mann. Fuck. Da hat die mich entdeckt, ey. Oh Gott. Nein, ja. Nee, ich hasse die. Ah, Heiltrank. Okay. Ja, dann kill die halt so. Dann. Oh, ey. Ja, shit. Ich hab keine Geduld gehabt, weil ich hab auch vergessen, dass sich der Rekimaru immer so auf den Boden legt, wenn man von weit oben runterspringt. Ach, dann. Zack. Nee. Oh, Junge. Weg mit dir. Geh doch da hoch. Ah, er geht nicht hoch. Egal. Oh, zack, zack, zack. Schade. Egal. Oh, ey. Die sind auch noch schneller als ich hier. Das ist das Problem. Ah, ich komm ja auch nicht weg, ne? Nee. Ja, dann. Hä? Wie sieht die denn aus? Die sieht aus wie, äh, Ayabria aus Parasite Eve. Guckt mal. Und zack, 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 zack. Nee, bringt nix. Und zack. Oh. Zack, 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 zack. Weg mit dir. Und. Nein, das trifft nicht. Oh, shit. Und zack. Oh. Oh. Eieieieieiei. Dann schlag schon. Und zack, zack, zack. Die sieht aus wie Aya. Ayabria aus Parasite Eve. Kennt ihr das Game? Die sieht voll so aus. Wenn ihr euch die mal anguckt. Naja. Egal. Äh. Schauen wir mal weiter hier. Der muss doch irgendwie da hochkommen. Ja, jetzt. Okay. Ja, das war blöd gerade. Es ist gut gelaufen mit drei Stealth Kills, aber dann hat mich hier jemand entdeckt. Tja, das war nicht so doll. Aber ist erst mal egal. So. Gehen wir einfach mal weiter hier. Und. Ich höre hier doch jemanden tippeln hier. So. Und ja, genau. Wieder schön nach der Arbeit hier, ne? Teng Shu zocken. Ist eigentlich wie jeden Tag. Ah. 70. Was? 71. Ah. Ah, hier hinter. Okay, ich verstehe. Hier ist nämlich ein Gang. Da kann man hoch. Und hier hinter ist jetzt gleich ein Gegner. Da unten. Ja. Ist auch wieder so eine Ayabria. Probier mal den Giftreis. So. Geht die da jetzt hin? Oder interessiert die das nicht? Doch, doch. Die geht da hin. Sehr geil. Okay. Das hast du davon. So. Zack. Sehr geil. Okay. Dann haben wir das schon mal. Dann geht's mal weiter hier. Einfach mal hier in diese Grotte rein. So. Ab in die Grotte. Boah. Das sieht schon wieder übelst kompliziert aus hier. Wenn man sich mal die Karte anguckt. Da hinten. Alles klar. So. Route gucken. Ah, nein. Geh weg. Oh. Geile Wucke hier. Bisschen indisch angehaucht. Aber ich hab irgendwie. Giftreis. Ist dann. Ist den. Ist der den? Nein. Ah, er ist untergefallen. Ja, das geht natürlich auch. Wo ist er denn jetzt? Oh mein Gott, da ist er. Oh. Yes. Geil. Der war gut. So. Dann geht's mal weiter hier. Nehmt. Ah. Scheiße. Wo? Ach, da hinten. Okay. Ah. Sehr schön. Hier sieht man wenigstens die Gegner direkt. So. Frage ist jetzt. Ja. Da hinten. Alles klar. So. Ich hab hier so Panik, ey. Ich will nicht wieder entdeckt werden. Und dann. Ja, keine Ahnung. Die Frau da. Diese Eier Bria. Oder wie sie aussieht. Ja. So. Ah, nein. Giftreis. Die kann den gerne essen und dann. Ah, nein. Ich trau mich nicht, ey. Die gibt nämlich da hoch. Seht ihr das? So. Sekunde mal. Ich muss mal gerade hier meinen Headset richten. So. Wow. Okay. Ist die denn jetzt? Ich wollte schon sagen, das interessiert die nicht. Also das wär's ja jetzt gewesen, ey. Oh yes. Zack. Genau. Und der Giftreis ist meiner. Ja. So. Jetzt reden wir mal weiter hier. Alles klar. So. Was haben wir denn hier noch? Äh. Sekunde mal. Gehen wir wieder da hoch, Rekimaro. Wo ist der? Da hinten ist der doch. Ist ein roter wieder, okay. Aber ich hab so Schiss hier, ne. Nicht, dass der mich jetzt sieht, ey. Und ich hab... Oh, Gott sei Dank. Und ich hab irgendwelche Soundbugs hier. Oh, sehr gut. Okay. Sehr gut. Dann dreh dich mal rum, Typ. Ja. Perfekt. Und zack. Sehr geil. Okay. Dann haben wir schon den nächsten hier. Da ist irgendwo noch einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dahinter. Okay. Dreht der sich nur? Bitte dreh dich nur, ey. Das wär gut, wenn du dich nur drehen würdest. Oh, ich glaube ja. Sehr schön. Okay. Dann müsste ich den ja gleich kriegen. Wenn der sich einmal richtig rumdreht. Dann kriegen wir den. So. Ja. Und bei euch so. Wenn wir jetzt hier warten. Also bei mir alles gut soweit. Heute auf der Arbeit. Ja, alles weich verlaufen. Also smooth. Und ja. Wie immer halt. Eben noch Auto aufgetankt. Und ja. Ah, wieder diese schöne indische Mucke hier. Indisch oder was das sein soll. Keine Ahnung. Ach, Mensch. Boah, ist der durchtrainiert, Alter. Schaut euch den mal an. Ja, keine Ahnung. Der dreht sich irgendwie nur in zwei Richtungen. Okay, ich verstehe. Dann schmeißt den Gift. Reiß mal da hin. Dann lass den den essen. Und dann machen wir es halt so. Komm. Bevor du jetzt hier noch die ganze Zeit rumhampelst. Zack. Geil. Boah, bis jetzt läuft es echt gut in dem Level. In dem letzten Level läuft es echt gut bis jetzt. So. Ah, außer Soundruckler. Soundruckler sind gemein. Was zum Teufel. Da ist die nächste. Okay. Alles klar. Ich habe sie gesehen. Also langsam kriege ich es raus mit der Mechanik hier im Spiel. Moment mal. Kann man einfach nicht irgendwo... Moment mal. Die ist ja da, ne? Kann man sich nicht so anschleichen. Gut, man kann sich auch so anschleichen. Das geht natürlich auch, ne? So, dann gehen wir da hoch. Sehr geil. Okay. Ja. Und hoch mit dir. Und... Zack. Geil. Okay. Sehr schön. Wieder nicht entdeckt worden. Oh, das ist geil im Moment. Richtig gut. Aber da muss ich hin. Bin ich gerade... Ah, da ist noch... Ah, was ist das für einer? Ist das ein Unschuldiger? Oder was für einer ist das da? Der sieht aus wie irgendwie ein Karate-Typ. Keine Ahnung. Ist das ein Unschuldiger oder was? Ich häng mich mal da hinten dran. Ah, was? Ah, häng dich da dran. Komm. Der entdeckt mich ja nicht, ne? Ne. Okay. Aber das ist, glaube ich... Der ist, glaube ich, unbewaffnet unten. Wo denn noch? Oh mein Gott, der Open. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den hier killen darf. Den hier unten. Ich schätze nicht. Also, ich weiß ja nicht. Manchmal entdeckt man die Gegner hier halt nicht, ne? So. Dann... Haben wir mal... Die Frau da hinten. Also, ich bin echt gespannt, wie das Finale wird. Das wird bestimmt übels krass. Das wird bestimmt ein extrem heftiger Bosskampf. Deswegen habe ich auch so viele Items mitgenommen. Dreh dich doch einmal richtig rum, ey. Die dreht sich nicht rum. Verdammt. Ich muss auch auf den anderen Typ da aufpassen. Weil wenn ich jetzt hier runtergehe, dann sieht der mich. Und ja. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. Ach, Mensch. Hier unten ist der andere Typ nämlich jetzt. So, der geht nämlich jetzt weg. Okay. Ich komme hier aber so nicht hin. Ne, ne. Moment. Dann, wenn die sich nicht rumdreht da hinten. Dann gehen wir hier lang. Geh hier hoch. Hey. Er geht nicht da hoch. Warum geht er nicht da hoch? Ah, Moment. Ne, ne. Dann... Dann gehen wir da hinten an die Wand. Ah, was ist das denn? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der Typ kommt. So, jetzt. Alles klar. Nein. Das war die Frau nämlich. Weil wenn die sich nicht vernünftig rumdreht da, dann schleiche ich mich von hinten an. Oh Gott, Soundbockler. Ja, ja, das ist irgendwie ein bisschen doof gerade. So. Ja, dann schneide ich mich halt von hier an. So, und zack. Geil. Du wolltest gerade rumdrehen, ey. So. Oh, bis jetzt ist wirklich... Oh, ich hab schon die Zeichen voll. Wie geil. Genau. Wrath of Heaven. Yes, okay. Kill enemies with one hit using the Wrath of Heaven. Uh, attack? Press the Christ-Button. Ah. Oh, okay, also Wrath of Heaven ist eine Spezialattacke von uns. Wenn wir das machen. Genau. Einfach mal... Oh. Einfach mal ausprobieren. Und jetzt haben wir nur noch einen Hitpoint. Ja, das hat der halt gesagt. Ich weiß, ich hab jetzt so eine Medizin verschwendet, aber ich wollte einfach mal gucken, was denn der Wrath of Heaven ist. Der Wrath of Heaven ist eine Attacke, okay. Oh, guck mal, was ich da hinten sehe. Oh, yes. Wieder gratis Items für uns. Eine Bombe. Sehr geil. Die kann ich gleich auf den ersten Endgegner schmeißen, weil ich glaube, es gibt hier wieder mehrere Endgegner. Da kommt man nicht rein, ne? Oder kommt man hier rein? Ne, hier kommt man nicht rein, okay. Das ist auch Kartenende. Alles klar, wir müssen in die andere Richtung. So. Dann gehen wir da hoch. Und gehen wir in die Richtung jetzt, weil da geht's weiter. Ich glaube... Ich weiß ja nicht, wie lange wir jetzt schon spielen. Ich glaube, so 20 Minuten. Boah, der Teil hier lief richtig gut, ey. Ich bin so stolz gerade, dass ich überhaupt nur einmal entdeckt wurde. So, hier geht's auf einen zu. Speed 75%, warum auch immer. Was ist das hier überhaupt, hä? Was ist das hier? Ach, da oben, oder was? Boah, Moment. Irgendwelche Soundruckler hier, keine Ahnung. So. Gehen wir hoch? Ah, schade. Der geht nicht hoch. Aber jetzt gehst du hoch, oder? Und jetzt. Genau. Oh, nein! Ah! Scheiße! Das ist also doch ein Gegner. Oder was? Attackiert er mich? Ah, okay, das sind Gegner. Alles klar, ich verstehe. Bäm, ist weg mit dir, ey. So. Okay, dann sind das Gegner. Gut, dass man das jetzt nämlich auch weiß. Und ich weiß nicht, was ich jetzt hier für Soundruckler habe. 80% Speed. Äh. Was soll das? Hallo? Diese Soundruckler hier. Warum habe ich jetzt hier gerade Bugs? Egal. Jetzt sind sie weg. Okay. Okay. Das da unten ist also ein Gegner. Okay, jetzt verstehe ich auch, ja. Okay, dann. Oh! Yes! Geil! So, weg mit dir, Typ, ey. Zack! So, ja gut, dann haben wir den jetzt mitgenommen. Ich wusste halt nicht, dass das ein Gegner ist, ne? Aber das haben wir ja jetzt. Ach, der geht ja nicht hier hoch, stimmt. Moment, da muss ich ganz oben hin, erst mal. Ah, diese Soundruckler hier manchmal. Jetzt ist wieder gut, weißt du? Wisst ihr? Jetzt geht er hoch. So. So, dann hier hoch. Genau. Wir suchen Lord Meo. Ach, nicht Lord Meo. Sorry. Lord Tenrai. Meo war es ja im ersten Teil. Und hier ist schon eine Treppe. Sehr schön. So, dann schauen wir mal weiter. Hier kommt nämlich bestimmt gleich ein Gegner. Dann mache ich das jetzt anders. Schmeißt den Gift, reißt da hin. Und der nähert sich bestimmt jetzt, ha? Ah, ne, okay. Ne, dann ist es okay. Aber Moment, ich muss erst mal gucken. Wo ist er denn? Da! Ne, das ist ein anderer. Das ist nicht der 76er. Moment mal. Der da hinten, das war doch maximal 60. Oder nicht? Das kann nicht sein, dass der das ist, ey. Aber warum gehen jetzt die Frames so runter? Hallo? Ah, hier drin. Boah. Warum gehen jetzt die Frames runter? Das verstehe ich nicht. Oh mein Gott! Oh, Gott sei Dank, ey. Ah, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Oh mein Gott. Ah, oh shit. Oh, Gott sei Dank, ey. So. What? Da hat er ihn jetzt gesehen, so.